hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge raft hier auf dadlebeer tv so wir laufen direkt noch mal durch zum händler ich habe die köder alle weggeangelt wenn meine rechnung stimmt müssten wir jetzt level 2 werden und dann schnappen wir uns noch mal ein paar köder und gucken mal wie viele wir brauchen um auf level 3 zu kommen und dann entscheiden wir ob ich einen cut mache und auf level 3 hochlevel oder ob wir einfach erstmal weiter segeln und die nächste insel ansteuern hängt davon ab wie viel köder wir brauchen hier schon wieder ein bär wo es die mach hätte das bin ich selber warum höre ich mich an wie ein bär keine ahnung so also verkaufen 1 2 3 1 2 3 4 5 6 sieht sehr gut aus so kaufen rang 2 da kann ich eh nur 5 holen ich denke die werden wir auch brauchen ich nehme das mal komplett mit und jetzt gucken wir noch mal eben rezept deftiger eintopf würde ich kaufen und dann würde ich gerne nochmal in rang 1 gehen was kosten die dinger hier 12 12 so dass war da in der lage sind und ich denke mal hier von aha wenn ich jetzt noch mal zwei hole bleibt ja fast nichts mehr übrig aber ist egal wir haben ja genug dann können wir nämlich uns gleich unten noch die zeit vertreiben und ein bisschen kochen vielleicht während wir auch die angel warten das war so ein paar verschiedene sachen machen weil ich will diese ganzen rezepte die man hier kaufen kann habe ich gesehen habe ich mir jetzt angeguckt die brauchen alle wo das ein bisschen tief aber geht die brauchen alle diese zusatz items die wir gerade gekauft haben einfach mal gucken was daraus wird und was die bringen das ist natürlich auch sehr so die angel habe ich bestimmt hier wieder eingefäffert die nehmen wir natürlich mit so dann gehen wir einmal schnell hier durch so und dann hängen wir das neue rezept auf das ist ein deftiger eintopf dafür brauchen wir eine kartoffel pilzen fleisch und silberzeug meine kartoffeln habe ich alle rausgehauen nur gut dann hier eine rübe den großen welz der fehlt mir aktuell den könnte ich noch haben ich glaube hier jawohl den habe ich so dann hauen wir den da drauf der lachssalat ist das ist das der richtige dann einen von denen einen von diesen kuruma dingern äh wo habe ich ihn hingepackt da zack und eine ananas oder mango ich entscheide mich für mango da habe ich nämlich einen mehr von und dann soll das ganze mal losgehen ich hoffe das wird jetzt auch was dann essen wir mal schnell was und hauen jetzt mal immer die neuen köder raus keine angst die werden wir nicht komplett weg angeln die müllpresse hat auch schon wieder aufgehört noch auch gleich noch mal bei ein puffer lisk eine schere brauche ich check hammer dann wollen wir einmal die jungs hier siehst du ich wusste ich brauche sie so zack so batterie steht noch perfekt essen läuft noch bauen wir noch einen rein und sobald das essen fertig ist gehen wir dann hoch und gucken einmal wie viel wir hier für kriegen wobei ich eh nicht mehr als die fünf köder kaufen kann ein schaumspucker und das eben war so auch wie so ein zusammengequetschter kugelfisch gleich mal angucken so und metalldetektor müssen wir auch noch mal starten den hatte ich total vergessen also puffer lisk und erinnert an eine andere meereskreatur ja das stimmt wo ist das andere vieh jetzt hin hier unten habe ich ihn und zwar ist das der schaumspucker zeit für luftbläschen wo planken wird der das ist das kleine problem kriegen wir gelöst die lassen da drüben auch schon wieder die rübe hängen meine wollproduktion kommt ins wanken wieder ein schaumspucker warum lasst ihr denn die rübe hängen ist doch alles gut also und sobald das essen fertig ist düsen wir los gehen mit dem metalldetektor einmal über die insel gehen hoch zum händler gucken mal was wir da kriegen essen ist fertig frisch hat auch angebissen sehr gut so hier kriegen wir eine tonschale her zack zack lachssalat sieht auf jeden fall lecker aus und glänzt auch noch hat ein stärnchen unten im icon weiß nicht ob ich den jetzt raushauen will ne den heben wir uns auf Leute den heben wir uns auf jeden fall auf ja ich habe viel zu viel zeugs viel zu viel zeugs das muss auf jeden fall rüber das haue ich gleich auf den grill das kann rüber und irgendwo hatte ich noch eine spezialzutat und hier die sich ja noch irgendwas doppelt komm ich hau ein stack fleisch auf weg so dann machen wir den grill einmal voll dann tauschen mal kupfer nochmal durch hau nochmal planken überall rein hast so und dann würde ich sagen gehen wir einfach mal direkt hoch und gucken mal was wir kriegen und schauen mal was der detektor hier für uns bereithält oh er blinkt schon ok das wird wohl einfacher als ich dachte so wie es aussieht ne wird langsamer ne 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 es wird immer weniger da oben check und los so ein bisschen titan wäre schön da war alles dabei aber kein titan kriegen wir noch einen weiß gar nicht wie viel es auf jeder insel gibt also hier reagiert noch nichts so also wir haben jetzt da 3000 wir haben 310 alles klar 310 410 ok die bringen also 100 die jungs die puffer listen 510 und lass mich raten der bringt auch 100 ok verkaufen wir alles was wir haben das heißt ich bräuchte jetzt theoretisch nochmal 20 22 köder ich bin mir sicher kriegen wir nicht 5 habe ich also die die ich habe könnte man jetzt noch weg angeln das sind jetzt noch 15 das ist also fast genug aber wir kriegen hier auf der insel leider nicht alles was wir brauchen also von daher macht es keinen sinn hier zu warten laufen wir trotzdem noch mal einmal im schnelldurchlauf hier unten runter gucken ob der noch mal irgendwo aufschlägt sieht aber nicht so aus und dann legen wir ab dann ist nämlich der plan titan erst mal aus doch hier piepst noch mal nein jetzt wird es weniger so war das nicht gedacht dann komme ich da jetzt wieder hoch das ist auch noch mal ganz rum so also diesmal auf jeden fall oben bleiben hier schon wieder so ein müllhaufen war auch kein titan bei das ist unglaublich frech so dann zurück zum floß dann lichten wir den anker und dann würde ich sagen steuern wir jetzt schon zum nächsten ziel oder will ich das mit dem händler jetzt erst weitermachen ich weiß noch nicht wir brauchen erst mal noch müllwürfel und eigentlich wir haben alles an rohstoffen was wir brauchen zum jetzigen zeitpunkt gibt es nichts was ich unbedingt haben möchte das heißt ich würde sagen wir arbeiten jetzt einfach erst mal die story weiter lassen uns ein bisschen treiben vielleicht machen wir noch ein bisschen platz auf dem bloß während wir unterwegs sind einmal anker lichten einmal anker lichten einmal alles raus was fand ich brauchen hier ist alles voll bisschen plastik noch als kupfer jetzt auch schon voll kupfer ist auch schon voll herrlich mal rüber die seile packen wir hier rein was haben wir noch das andere ist nur noch essen das kommt hier rein eisenerz kommt nach oben das hier kann ich gleich noch mal weiter verkochen und den händler kram packen wir auch hier rein also wie sieht es denn hier aus nicht gut was haben wir für den wind doch das geht einmal so ein bisschen so muss ich jetzt echt rückwärts schippern ja muss ich dann das ding bitte gerade ah ok jetzt geht es dass ich den lenker eingeworfen habe war nicht cool ok so kommen dann angeln wir nochmal während wir uns hier versuchen zu befreien so und ich glaube jetzt müsste ich den lenker eindringen können ja sieht gut aus so den wieder geradeaus bitte und dann drehen wir uns noch ein bisschen Richtung wimpel was hat er trinken will er das blöd aber kriegen wir gleich geregelt jetzt nicht zu weit drehen jetzt nicht zu weit drehen bist du schon viel zu weit ja ja moment geht gleich los eigentlich muss ich mich immer nur am Müll ausrichten dann passt das eigentlich schon ja das sieht gut aus ja das sieht gut aus so lassen wir treiben das ding deaktiviere ich mal gerade schon wieder zwei Müllwürfel drin dann haben wir noch eine Batterie zwar einmal den Computer anschmeißen mal gucken wo die Reise hier hingeht ok also neun Koordinaten müsste ich drin haben 75 48 jawohl passt aber wir sind ja nur 900 Meter entfernt Leute das ist ja ein Witz ist die Batterie platt ne die hat noch die hat noch dann die Schere runter kurz gucken ob trinken fertig ist dass wir uns wieder bewegen können sieht gut aus perfekt so apropos das fällt mir gerade noch ein die Erdbeeren sind übrigens fertig können wir mal eben ernten gucken ob es neue Samen gegeben hat ihr Stück direkt sehr schön so Wasser habt ihr auch ich trinke nochmal leer mach nochmal voll dass wir hier nicht in die Situation nochmal reinkommen erst nochmal ein Stück den machen wir mal aus brauchen wir jetzt gerade nicht so wo waren wir denn stecken geblieben vielleicht nochmal was zu essen aber dafür müsste ich auch wieder angeln auf angeln habe ich echt keinen Bock im Moment zwei Erdbeeren eine Ananas ne gar nicht doch zwei Erdbeeren eine Ananas und ein Chili hätten wir einen neuen Smoothie machen wir auch den fertig für die nächste Insel die ein bisschen spannender wird Batterie ist noch drin und ab die Post so dann haben wir das wie sieht es bei euch aus darf ich mir schon wieder was holen jawohl dann können wir den Müll einmal auch gleich wieder in Gang bringen äh äh hier noch zack so also ihr seht wir haben auf dem Fluss auch so genug zu tun ohne dass ich irgendwas Neues mache äh zwei leere Batterien haben wir noch nicht kommt aber gleich ok jetzt steuern wir natürlich hier genau auf diese eine Insel zu und entfernen uns ne komm das hat keinen Wert dann schmeißen wir jetzt doch einmal den Motor an und richten uns einmal aus und dann schippern wir nochmal hin so haben jetzt schon eine gemütliche Folge gehabt jetzt machen wir noch eine zweite relativ gemütliche Folge wo wir ein bisschen schippern ein bisschen angeln und Flussarbeiten machen und dann kann es zur nächsten Folge wieder mit Action weitergehen dann machen wir nämlich die Stollen weiter ich bin echt gespannt was da als nächstes auf uns zukommt Flussgrößer machen wir auch noch eine Option aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wofür aktuell ne also die die Wasserpipes und den Wasserkanister müssten wir noch aufbauen und diese Windkrafträder aber da sind wir ja aktuell noch nicht das müsste ich mir erstmal alles angucken wie funktioniert das überhaupt und so weiter und dafür müsste ich hier wahrscheinlich nochmal eine Strecke lang ziehen dass wir das machen können dass ich da hinten die Wasserdinger holen kann oder ich lasse es so wie es ist und ziehe die Rohre nach unten direkt ne durch den Zaun durch quasi wie viele Köder habe ich denn jetzt schon rausgehauen das geht ja eigentlich recht zügig ne hell wird es auch wieder jetzt mal gucken wie weit ist noch 200 Meter haben wir jetzt geschafft wie viele Köder habe ich noch 5 Köder 200 Meter ja dann müssten wir die eigentlich leer kriegen so das war das Thema dann schon mal vom Tisch haben dann schmeißen wir das alles in eine Kiste der Smoothie ist fertig den holen wir uns gleich mal gucken wie schön der funkelt ich sehe da schon was Leute seht ihr das auch ist das schon unser Ziel wird wohl kurz ein Glas ne hier müssen wir hin und auch der glänzt wieder wie verrückt dann schmeiße ich die mal da unten rein damit ich weiß wie viel ich noch habe warum leuchtet denn das da oben so ist das so gewollt dann werde ich fragen sind wir überhaupt noch auf Kurs irgendwie ach doch die Insel baut sich hier gerade erst vor uns auf keine Ahnung warum ich das sehe wenn ich jetzt sieht interessant aus aber das hier vorne baut sich nicht auf das ist schon da oder was ist das das sieht gerade so aus als würden wir auf eine Eisscholle zu fahren Leute auf was fahren wir da gerade zu das ist eine Eisscholle wir spielen Titanic Boah Leute das nenne ich mal ein Seemannsmanöver das war schnell wieder eindrehen sonst kann ich mit dem Arsch dagegen heiliger Strohsack eine Eisscholle da kommen wir da vorne ist glaube ich noch einer ok sind wir jetzt am Südpol angekommen aber ich glaube wir haben den Kanal gefunden durch den wir durchschippen können zumindest sieht es aktuell danach aus noch ein Stück Strohsack was ist das oh wir knallen schon wieder gegen die nächste ach guck mal ich kann während ich angle das steuer runter bedienen Multitasking fähig ist er wie weit ist noch sind noch 500 Meter ok dann bin ich ja froh dass ich das mit euch zusammen gemacht habe ich hatte nämlich erst überlegt ob ich jetzt einfach einen Schnitt mache und wir uns dann direkt schon die Zeit nehmen und die neue Insel angucken aber das ist ja schon so ein bisschen Abenteuer gerade kommen wir da dran vorbei ich würde mir das gerne mal im Wasser angucken na komm mach fertig jawoll so da haben wir jetzt die ganzen Fische in der Tasche jetzt springe ich mal kurz ins Wasser jo das sind tatsächlich Eisschollen aber Respekt Bruce dass du noch hier bist mir wäre das hier viel zu kalt so dann schmeißen wir die mal rüber ich glaube nicht dass wir jetzt Hängler Sachen brauchen werden aber behalten sie erstmal auf Tasche fängt es an zu schneien auch noch geile Nummer Leute ähm ähm sieht für mich gerade so aus als würde es hier jetzt erstmal nicht weiter gehen müssen wir übers Eis laufen muss man das testen ok wir können hier also ganz normal rüber laufen natürlich bist du genau hier vorne ne kann ich da einfach drüber oder bleibt da dann stecken ich glaube wir sind am Ziel angekommen oder ja viel weiter wird es wohl nicht gehen dann kann ich den Probe aus Segel reinholen ist schon oben sehr cool so hier ist nichts mehr zu holen äh Kartoffel eben noch rüber das Zeug wollte ich alles auf den Grill pfeffern habe ich gesagt kann ich sie auch hier reinspeisen ne la kurz nochmal einmal ein bisschen Wolle holen ok ok jetzt wäre nur die große Frage gibt es hier dann wohl auch Eisbären benötigt Wasser wenn es weiter nichts ist voll ist er Batterie hat noch ein bisschen Saft einen ganz kleinen Tucken da gebe ich mich erstmal mit zufrieden so das ist zum einschmelzen das kann wieder in unseren schönen Würfelmacher und ich habe immer noch so viel Zeugs auf Tasche ähm gut also Planken lasse ich hier oben das Ding lasse ich hier oben und das Fleisch lasse ich jetzt auch mal hier das fertige Fleisch auch ich habe 13 von dem Zeug das reicht und das Ding bleibt auch hier Händler haben wir bis jetzt glaube ich auf den Missionsinseln noch nicht gefunden das heißt ich würde dann hier ach hier sind auch noch 3 Dinger drin gewesen die habe ich gar nicht gesehen so guck mal Premium Essen nehme ich mir schon mal mit und die 3 Fische sammeln wir hier ja ansonsten Axt hätte er da das hat er alles da das weg das rein Metalldetektor haben wir dabei Metalle werden mal los Plastik werden mal los und noch ein paar Blätter und der Rest kommt ohne Minimaschine so das nehmen wir auch mit so die Werte an und für sich sind soweit okay einen Kupferbarren können wir nochmal eben durchschieben ach wobei ich kann hier auch das normale Essen gut haben was ich hier noch habe guck mal hier so ein Ding habe ich noch das haue ich mir mal rein Kupferbarren rüber und dann trinken wir uns einfach ein den Rest kriegen die Hühner was wir nochmal voll machen können ach die Hühner brauchen gar nichts ja gut egal ich nehme was mit so guck jetzt gerade auf die Uhr ein paar Minuten haben wir ich würde jetzt einfach mal mit euch ein paar Schritte laufen nur um mal zu gucken ob wir hier richtig sind oder ob ich mir noch Gedanken machen muss wie ich hier vielleicht noch näher an die Insel rankomme aber es sieht für mich aktuell so aus als wären wir hier richtig da ist aber ein gutes Stück zu laufen Leute ich sehe Antennen ich sehe da hinten dieses leuchtende aber wir sind tatsächlich auf der Insel und die scheint echt riesig zu sein ich habe ein Problem ich werde immer langsamer und wenn ich stehen bleibe rutsche ich zurück ah ok hier auf dem Schnee hat es auch gehört so wir laufen jetzt noch zusammen bis zu dem Turm Metalldetektor sagt nichts Gucken wir mal was das Ding hier bedeutet Halte die Taste zum Aufnehmen von Stromkabel gedrückt ok cool hoch komme ich da nicht oder ok doch die Flagge müssen wir uns noch angucken die hat doch bestimmt einen Grund Jo hier ist so ein wie cool ist das denn bitte Leute wie geil ist das denn ok sieht so aus als würden wir uns ein bisschen schneller auf dieser Insel bewegen können aber nichtsdestotrotz ist für heute Feierabend ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen ich würde mich wirklich sehr freuen wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lassen würdet und dann würde ich sagen macht's gut bis zum nächsten Mal Tschüss dass dass die D Vielen Dank.